Achtung, duck dich, ich werf Handgranate, okay? Ich hab doch gesagt, duck dich. Ich geh alleine rein. Olga, gib mir Feuerschutz. Zombies, komm jetzt. No! Na, hau doch endlich ab. Warum? Wir gehen heute Morgen, oder wie? Ich dachte, Streit ist geklärt. Steh auf, steh auf! No, Schatz, nein! Jetzt sag ich, diese Trüffelöl, das du gekauft hast, und ich sagte, das stinkt nach Käsefüße. Ich habe nicht deine Füße gemeint, ich liebe deine kleinen, dicken Füße. Ich bin kurz AFG, hast du was gesagt? No, dass ich dich liebe. No, bin wieder da. Herzlich willkommen bei unserer Service-Hotline. Für Fragen zu Ihrer Telefonrechnung drücken Sie bitte die 1. Für Fragen zu... Feuern Sie Roll! Feuern Sie Roll! Vielen Dank. Derzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. FK, was ist denn los, was schaffst du hier so rum? Die machen Figur-Ski mit ihren Kunden und da kann keiner wert sich. Was ja? Du versuchst seit 3 Tagen diese scheiß Hotline mit deinem scheiß Handy anzurufen. Keiner geht ans Telefon. Zahl einfach 50 Euro und dann ist Problem gelöst. Das ist doch viel einfacher. Nein, auf einfache Wege schickt man nur die Schwachen. Und das sind 20 Euro. Hanno! Hättest du Muskeln wie ich, würdest du das verstehen? Ich bin wieder da. Der Töten! Du musst sie alle töten! Irin, kachar auf sie alle zu retten. Das sind Zombies! Hanno, so. Jetzt haben sie dich gefressen. Ich möchte dich auch gerne fressen. Ich stelle mir dabei immer vor, dass dein Näschen ein Pilmierschick ist, den ich immer wieder abbeißen kann. FK. Du würdest mir einfach sowas abbeißen und mir absichtlich wehtun, hm? Na ja, am liebsten würde ich alles von dir wegbeißen. Außer meine Füßchen. Ach, Schatz, ich liebe deine Füßchen nur. Sascha zum Beispiel. Weißt du, wie seine Füße stinken? Woher weißt du, wie Saschas Füße riechen? Hast du etwa an seine Füße gerochen? Vielleicht. Bin wieder da. Olga! Olga, bitte kommen! Olga! Olga! Ich glaube, die haben Angst vor mir. Deswegen gehen sie nicht ans Telefon. Irinka, ich glaube, Olga ist raus. Scheiß WLAN. Ich glaube, die können an meiner Stimme hören, was für Muskeln ich habe. Scheiße, Irinka, gleich kommt Bosskampf. Kümmer du dich um Horde Zombies. Ich mache große Arschloch platt, okay? Los! Da schießt! Schießt doch! Herzlich willkommen bei Vodka Phone. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich habe Rechnung von 20 Euro. Ich zahle nichts. Geben Sie mir erst mal Ihre Kundennummer, bitte. 641.297.000. Und eins. Oh, Sie haben letzten Monat Ihre Rechnung nicht bezahlt. Löschen Sie sofort diese Rechnung. Einen Moment, ich verbinde Sie kurz weiter. Nein, nicht verbinden. Einen Moment, Moment. Es kommt mehr, es kommt mehr! Einen Moment, meine Frau hat was zu sagen. Wie bitte? Du musst schneller schießen! Hallo? Ich töte euch alle! Was? Drohen Sie mir gerade? Du fettes Ding, ich mache dich fertig. Sie müssen die Rechnung zahlen, ich kann da leider nichts machen. Pam, 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 ja, Mann! Ich kann Sie anzeigen. Dann nur warte, bis ich meine Geheimwaffe rausholhe. Was für eine Geheimwaffe? Ich töte euch alle und keiner kann euch helfen. Bitte, oh Gott, nein, 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 bitte, bitte. Ich lösche Ihre Rechnung aus dem System, aber bitte um Gottes Willen tun Sie uns nicht. Flammenwerfer! Nein, 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 oh Gott, die Rechnung ist gelöscht, bitte. Irinka geschafft. Kurze Pipi-Pause, dann geht weiter. Nur was? Aufpassen. Und meine Fieschen kriegst du trotzdem nicht. Anno, wenn rufst du jetzt schon wieder an? Autowerkstatt. Die haben mir eine Rechnung geschickt. Spiel weiter. analyser, bis zum Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020